Mahaprabhu wird Sannyasi. Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta, 25 Eines Tages, während das Sankirtan in Srivases Haus vor sich geht, stirbt in Gegenwart der Frau des Hauses, der Sohn von Srivas. Während der Sohn der Saji tanzt, hört Srivas, das im Innersten des Hauses geweint wird. Schnell geht er hinein und sieht, dass sein Sohn einer Krankheit erlegen ist und tot daliegt. Srivas ist ein ganz großer Bhakta, ein Wisser der tiefen Dinge. Er ermutigt die Frauen und sagt, ihr kennt doch alle die Größe Krishnas. Beherrscht euer Weinen, beruhigt euer Gemüt. Wer im Augenblick des Sterbens Krishnas Namen hört, der geht in sein Reich, auch wenn er ein noch so großer Sünder ist. Und hier, der Herr selbst tanzt und Brahma und seine anderen Diener singen herrlich im Kirtan. Und in diesem Augenblick starb er. Es ziemt sich nicht, ihn zu betrauern. Oh, wer hat wohl ein solch gutes Geschick wie dieser Knabe? Wie glücklich würde ich mich schätzen, wenn das mir geschiehe? Schweigt über das Vorgefallene. Hört auf zu weinen, damit die Freude des Tanzens bei Prabhu ja nicht gestört werde. Wenn Prabhu wieder im Bewusstsein der Außenwelt ist, dann werde ich das Kind zur Ganga, zum Verbrennungsplatz bringen. Auf Schrivas' Worte hin werden alle still und gefasst. Und er geht wieder dorthin, wo der Herr im Kirtan tanzt. Und auch Schrivas tut Kirtan im höchsten Ananda und seine Begeisterung wächst und wächst. So groß ist Schrivas. Das ist die Größe der ewigen Begleiter des Chaitanya. Gaurajandra tanzt im Ananda des Erlebens seines Selbst. Nach einer Weile klingt der Tanz ab. Die Bhaktas hören einer vom anderen, dass Schrivas' Sohn gestorben ist. Sie alle sind im Herzen traurig, doch drücken sie äußerlich nichts von ihrem Kram aus. Doch Gaurasundara ist der Allwissende. Er ist der innere Zeuge, weiß, was in den Herzen aller vorgeht und fragt. Mir ist so seltsam zumut, als ob irgendein Leid in Schrivas' Haus geschehen wäre. Doch Schrivas antwortet, Aber die anderen großen Bhaktas sagen schließlich, was geschehen ist. Prabhu fragt, verwirrt, wann es geschah und hört, dass Stunden vergangen seien. Dass aber Schrivas nichts sagte, damit sein Ananda nicht gestört würde. Doch wenn er jetzt die Erlaubnis gebe, wollen sie das Notwendige tun. Als er hörte, wie unerhört sich Schrivas benommen hatte, ruft Prabhu, Govinda, Govinda, und sagt zu Schrivas, Wie kann ich je solche Gesellschaft verlassen? Und Mahaprabhu weint. Fußnote 447 Hier ist ein Hinweis, dass Prabhu schon plante, ein Sannyasi zu werden. Wie soll ich je die Gemeinschaft derer aufgeben, die aufgrund des Prema zu mir nichts vom Leiden um des eigenen Sohnes willen spüren? Und Mahaprabhu weint sehr, sehr heftig. Und alle fingen an, nachdenklich zu werden. Fortgehen? Verzichten? In welch seltsamer Verwirrung ist es ein Versehen seinerseits? Und sie alle denken nach. Prabhu wird nicht mehr im Hause bleiben, er wird Sannyas nehmen. So sagte er und weint heftig und seufzt. Als der Herr sich beruhigt hat, gehen sie alle zum Bett des toten Sohnes. Und Prabhu fragt das tote Kind, Warum gehst du aus Schrivas' Haus fort? Das Kind antwortet, Prabhu, hat jemand die Kraft, sich dem entgegenzusetzen, was du angeordnet hast? Solange ich in diesem Leibe zu bleiben hatte, habe ich diesen Raser genossen. Die Zeit des Bleibens ist vorbei. Ich kann nicht bleiben. Und ich gehe in einen anderen Leib. Nachdem die Anordnung in diesem Leibe zu wohnen aufgehoben ist, darf ich nicht in diesem Leibe bleiben. Nun gib mir die Gnade, dass ich von dir nicht abweiche. Wer ist wessen Vater? Wer ist wessen Sohn? Alle müssen die Frucht ihres eigenen Tuns verzehren. So lange war es mein Schicksal, in Schrivas' Haus zu sein. Ich kam hierher. Nun gehe ich in einen anderen Leib. Verehrung dir und all deinen ewigen Begleitern. Nimm mein Vergehen nicht an. Ich gehe fort mit deiner Erlaubnis. Dann wurde der Leib des toten Kindes still. Die Bhaktas, die seine Worte gehört hatten, waren im Meer des Ananda und alles Leid verschwand in den Herzen der Familie des Schrivas. Ja, sie wurden unstet in der Freude des Ananda, des Prima, zu Krishna. Und sie fallen zu Füßen Brabus und rufen, Du bist Vater, Mutter, Sohn. In jeder unserer Geburten mögen wir von den Lotussen deiner Füße nie abweichen. Wo es auch immer sein mag, in jeder Geburt, lass uns Prima Bhakti zu deinen Füßen haben. Schrivas und seine drei Brüder fallen zu Brabus' Füßen nieder. Alle Bhaktas um sie herum weinen laut. Alle weinen, überwältigt von Prima zu Krishna. Das ganze Haus wurde von Krishna Prima erfüllt. Brabus sagt, Vernimm, Schrivas, du und ihr alle kennt die Weise dieser Wandelwelt. Dieses Leid der Wandelwelt hat keine Gewalt über dich. Und wer dich sieht, wird dieses Leid nie erleben. Ich und Nityananda, wir beide sind deine Kinder. Sorge dich um nichts in deinem Herzen. Als sie seine erbarmungsvollen Worte hörten, rufen sie alle, Sieg! Dann gehen alle Bhaktas zusammen mit Prabhu zur Ganga und während sie das tote Kind tragen, tun sie Kirtan. In rechter Weise verrichten sie die letzten Riten, baden in der Ganga, rufen, Krishna! Und dann gehen sie zurück in ihre Häuser. Schrivas und die Seinen sind überwältigt. Verehrung den Füßen Schrivases, dem Prabhu sagte, Ich und Nityananda sind deine Kinder. Eines Tages saß er im Kreise seiner ewigen Begleiter und sagte plötzlich einige Worte, deren Sinn niemand verstand, aber alle wie ein Blitz durchfuhr. Ich bereitete eine Arznei, um den Husten, in Klammer eigentlich Schleim, zu beheben. Die Wirkung ist umgekehrt. Der Husten im Leibe, in Klammer Schleim, hat zugenommen. Und der Herr aller Welten lachte laut. Die Bhaktas verstanden nicht warum und sie fürchteten sich. Doch Nityananda erkannte, was er im Sinne hatte. Prabhu wird bald das Haus verlassen und Nityananda war sehr niedergeschlagen. Für immer wird der Prabhu im Gewand eines Sanyasi sein. Das herrliche Haupthaar wird unsichtbar werden. Nityananda war von Leid überwältigt. Da ergriff der Herr den Nityananda bei der Hand und der goldene Hari saß mit ihm an einem einsamen Ort nieder und sagte, Nityananda, ich muss dir sagen, was in meinem Herzen vorgeht. Ich hatte eine gute Absicht, um die Welt zu retten. Von Rettung keine Rede. Ich sehe, dass ich bloß kam, um zu vernichten. Statt einfacher Bindung ist eine Millionenfache erfolgt und ich wollte jede Bindung vernichten. Die Leute haben im Sinn, mich zu schlagen. Das bedeutet, dass sie in endlose Bindung geraten sind. Ich kam als Avatar, um die Menschen zu retten und ich selbst vernichte sie. Schau her, morgen will ich den Haarschopf und die Brahmanenschnur ablegen und als Sanyasi werde ich betteln. Und diejenigen, die mich schlagen wollten, an deren Tür werde ich morgen als Bettler stehen. Sie werden mir dem Sanyasi zu Füßen fallen, denn einen Sanyasi grüßen alle ehrerbietig und einen Sanyasi zu schlagen, darin werden sie nicht denken. Ich habe dir gesagt, was ich im Herzen trage. Also trauere deswegen nicht. Du verstehst den Grund, warum ich Sanyasi werde. Wenn du willst, dass die Welt erlöst wird, dann wirst du es mir nicht verbieten. Also sorge und gräme dich nicht, auch nur einen Augenblick, denn du weißt ja den Grund des Avatara-Werdens. Fußnote 448 Chaitanya sieht in Nityananda zumeist Balarama, den älteren Bruder aus der Krishna-Lila, den er um Erlaubnis fragt, wo es nötig ist, und er tut nur das, was Nityananda Balarama belicht. Nityananda Prabhu Du bist ganz dein eigener Wille. Was du willst, das wird erfolgen. Wer kann dir etwas befehlen oder verbieten? Das ist wahr, was du in deinem Herzen trägst. Du bist der Erhalter aller Welten. Du bist der Herr aller Welten. Du weißt am besten, wie die Welt errettet werden kann. Wer sonst weiß, außer dir? Du bist höchster Ananda, nur dir selbst untertan, und so ist dein Wandel. Was du tun willst, das wirst du sicherlich tun. Doch sage allen deinen Dienern, was du vorhast, und höre selbst an, was sie dazu sagen. Und dann tue das, was du vollbringen willst, denn wer kann sich deinem Willen, oh Herr, entgegenstellen. Prabhu war befriedigt, als er Nityanandas Worte hörte und umarmte den Nityananda immer wieder. Dann ging Gauranga Hari dorthin, wo all die Vaishnavas waren. Nityananda aber hat kein Bewusstsein der Außenwelt. Sein ganzer Leib ist starr. Der Prabhu wird das Haus verlassen. Nityananda weiß es. Als er etwas beruhigt ist, denkt Nityananda nach. Wenn Prabhu fortgeht, wie soll die Ai, die Mutter, am Leben bleiben? Wie soll sie ohne ihn die Zeit zubringen, den Tag und die Nacht? Und Nityananda wird ohnmächtig bei diesem Gedanken und sitzt an einem einsamen Ort und malt sich das Leid der Ai aus und weint. Gauracandra geht in Mukundas Haus. Er zu Mukunda. Sing ein Heilslied von Krishna und Mukunda singt. Prabhu hört überwältigt zu. Sing, sing, brüllt er. Humkara. Und der heilige Mukunda hört den göttlichen Laut. Nach einer Weile verbirgt er sein Versunkensein und sagt, Mukunda, hör mal zu. Ich werde fortgehen, nicht hier bleiben. Ich werde nicht Hausvater bleiben. Das ist ganz sicher. Ich werde den Haarschopf und die Brahmanenschnur ablegen. In Klammer. Das heißt Mönch werden. Als Mukunda hört, dass der Haarschopf verschwinden wird, fällt er in Trennungsschmerz. Fort ist all sein Anander. Er bittet. Falls du, oh Prabhu, dich so entschieden hast, ich bitte dich, tue noch einige Tage Kirtan, wie du es immer tatest. Und dann, oh Prabhu, tue, wie du willst. Nachdem er Mukundas Worte gehört hat, geht er zu Gadathar, der ihn ehrerbietig begrüßt, und Prabhu sagt, Hör mal zu, Gadathar. Ich werde nicht länger im Hause bleiben. Ich werde fortgehen. Um Krishnas Willen. Ich werde den Haarschopf und die Brahmanenschnur aufgeben, das Haar scheren lassen und ins Ungewisse fortgehen. Der Gedanke, der Haarschopf wird verschwinden, fuhr wie ein Donnerkeil auf Gadatharas Haupt. Im Herzen tief traurig, sagt er, was du sagst, Prabhu, ist unerhört. Heißt es, man muss Haarschopf und Brahmanenschnur ablegen, wenn man zu Krishna kommen will? Ist es deine Meinung, dass ein Hausvater kein Bhakta sein kann? Wozu das? Den Kopf rasieren lassen. Es mag deine Meinung sein, doch es ist nicht die Meinung der Weden. Willst du, die Herrenlose, die Mutter verlassen? Als erstes wird dein Tun bedeuten. Du lädst die Schuld, die Mutter zu töten, auf dich. Wie kann sie ohne dich am Leben bleiben? Du allein bist ihr übrig geblieben. Du bist ihr Leben. Kann man den Gott nicht erfreuen, wenn man im Hause bleibt? Ein Hausvater ist allen Menschen teuer und lieb, doch wenn du trotz allem den Kopf scheren willst und dadurch glücklich wirst, dann tue, was du willst und geh fort. Fußnote 449 Es ist im Allgemeinen nicht der Sinn des vedischen Gebots, dass ein noch junger Mensch das Haus verlässt und ein schweifender Mönch wird. Wenn das Haar zu erkrauen beginnt, wenn einem bereits Enkelkinder auf dem Schoß sitzen, dann erst soll man in die Waldeinsamkeit gehen. So wird geboten. Der Untergrund der Worte Gadatharas aber ist, er im Bewusstsein Radhas zürnt mit Krishna, der fortgehen will. So geht Brabu von einem Bhakta zum anderen und sagt ihnen, dass er Haarschopf und Schnur ablegen will. Und sie alle weinen und versinken in den Ozean des Leids. Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta 26 Und niemand mag mehr essen oder an sich selbst denken. Doch Brabu kann das Leid seiner Diener nicht ertragen und gütig ermutigt er sie, als sie beisammen sind. Warum sorgt er euch? Wo ihr seid, bin ich immer da. Ich werde euch auch nicht einen Augenblick lang im Stich lassen. Fußnote 451 Der geheime Sinn von Chaitannas Worten ist auch, dass er und seine ewigen Begleiter in dem immer da und überall seienden erkenntnisreich Goloka Vaikuntha unbeschadet der Lila, die sich auf Erden begibt, immer beisammen sind. Von Geburt gar nicht zu reden, in jedem Leben werden wir beisammen sein. Um die Welt zu lehren, werde ich ein Mönch. Also gebt alle Sorgen auf. Brabus Worte beruhigten die Bhaktas ein wenig. Darauf ging er nach Hause. Alle diese Dinge kommen der Mutter Saji nach und nach zu Ohren und das Leben bleibt nicht in ihrem Leib. Als sie hörte, dass Prabhu Sanyas nehmen will, entstand solches Leid in ihr, der Mutter der Welt, dass sie nicht wusste, wo sie war. Sie fiel ohnmächtig zu Boden, immer von Neuem. Ströme von Tränen, sie kann sie nicht zurückhalten und sie geht zu Prabhu, dem Lotusäugigen hin und weinend sagt sie, gehe nicht fort, oh, gehe nicht fort, lass die Mutter nicht allein, die Armseligste, nur wenn ich dein heiliges Gesicht anschaue, bin ich am Leben. Dein Mond gleiches Gesicht, wie soll ich leben ohne diesen Anblick? Deine Gefährten sind doch da, Advaita und Srivars und Nidyananda ist da, deine Lebenskraft und deine besten Freunde sind hier, wie Gadathara und die anderen, oh, bleibe im Hause und tue im Hause Sankiltan, was religiöse Pflicht ist, das zu lehren ist doch der Sinn deines Avatara Werdens. Die Mutter verlassen, ist das Dharma? Du bestehst doch ganz aus Dharma, wenn du die Mutter im Stich lässt, wie willst du dann der Welt verständlich machen, was Dharma ist? Saji spricht im Gram des Bremer und Vishwambara lauscht und in Bremer schnürt sich seine Kehle zusammen und er kann nicht sprechen und sie sagt, dein älterer Bruder hat mich verlassen und ist fortgegangen, dein Vater ist nach Waikuntha gegangen, wenn ich dich sehe, ist alles Leid entschwunden, du gehst fort und auch ich will meine Lebenskraft aufgeben, du bist Go Ranga, die Goldgestalt meines Lebens, die Herren lose allein zu lassen, tut nicht gut, freue dich mit allen zusammen und tue Sankirtan im eigenen Hause, Nityananda ist ja hier, dein Freund und Helfer, deine beiden Augen, ganz und gar Bremer, die beiden langen Arme, der Nektar Regen deiner Worte, auch ohne Licht leuchtet mein Haus vom Glanz deiner Gestalt, und so klagt die Mutter Sachi im Kram des Bremer, und Vishwambara hört zu, es ist so wie damals, als der Ramalila die Mutter Kauschalya ihrem Sohn, dem Raghunata Rama die Dinge zu erklären versuchte. Er hört und vermag nicht das Gesicht aufzugeben und nicht ein Wort zu sprechen. Bleich war die Mutter, nur Haut und Knochen, in Kram versunken, vermochte sie nicht mehr zu essen. Als Prabhu sieht, dass die Mutter das Leben nicht mehr halten kann, spricht er zu ihr geheime Worte in der Einsamkeit. Prabhu zur Mutter Mutter, beruhige dich, fasse dich, in jedem Leben bin ich dein Sohn, vernimm aufmerksam deine eigenen herrlichen Eigenschaften. Da war eine Zeit, da du Prischen hießest, da warst du meine Mutter. Als du Aditi im Himmel warst, wurde ich der Avatara Vamana und du warst meine Mutter. Und als du Devahuti warst, auch dann war ich dein Sohn, der Avatara Kapila. Und als du Kauschalya warst, da war ich dein Sohn Ramachandra. Dann warst du Devaki in Mathura und warst im Gefängnis des Kamsa. Und auch da warst du meine Mutter und ich dein Sohn Krishna. Und solcher Art wirst du meine Mutter sein in jeder Geburt. Und nie werden wir voneinander getrennt sein. Ohne Rückhalt habe ich dir dies gesagt. Also höre auf dich zu grämen. Und Prabhu berichtete ihr von diesem großen Geheimnis und sie wurde ein wenig ruhiger. Chaitanya Bhagavata Madhyakanta 27 Wie Schwambara der Herr ist weithin in Ananda des Sankirtan mit den Seinen. Er der große Gott ist ganz sein eigener freier Wille. Er ist der Herr aller. Niemand versteht den Sinn seines Tuns, wann und warum er etwas tut. Er ist mit Nityananda und den Baktas zusammen und die Baktas von höchstem Ananda überwältigt, vergessen, dass der Herr sie ja verlassen will. Am Tage, an dem er fortgehen will, um Mönch zu werden, spricht er mit Nityananda an einsamen Orte und sagt, heute werde ich bestimmt fortgehen und Sannyas nehmen. In Kathoya in Klamakatwa bei Indrani lebt der lautere Kishava Bharati. Dort werde ich Sannyas nehmen. Teile nur diesen fünf davon mit. Meine Mutter Gadathara Pramananda Chandrasekara in Klammer Acharya Radna und Mukunda Niemand wusste von dieser Unterredung mit Nityananda und Nityananda teilte niemanden sonst davon mit. Diesen ganzen Tag verbrachte Prabhu mit allen Bhaktas zusammen in Freude des Sankirtan. Er nahm sein Mahl ein und ging am Abend zum Anblick der Ganga, tat ihre Verehrung, saß eine kurze Weile um Ufer und ging nach Hause. Die Brahmanas sind alle um Gauras und gescharrt. Spielen freuen sie sich mit ihm zusammen, denn sie wissen nicht, dass er an diesem Tage fortgehen wird. Prabhu sitzt da mit dem herrlichen Blumenkranz und alle Vaischnavas, die kommen, um ihn zu sehen, haben Blumen Kränze für ihn in ihren Händen. Niemand wusste, woher all die vielen Besucher stammten, die von Prabhu angezogen zu ihm kamen. Sie alle fallen grüßend zu seinen Füßen nieder und schauen unverwandt in sein Gesicht. Und Prabhu selbst gibt jeden einen Blumenkranz von seinem Nacken und sagt, Singe Krishna, sage Krishna, liebe verehrend Krishna, singe Krishnas Namen und denke an nichts anderes als an Krishna. Wenn ihr zu mir etwas Zuneigung habt, dann singt nichts außer Krishna. Liegend, essend, wachend, Tag und Nacht, denkt an Krishna, sprecht von Krishna und er schenkt allen seinen heils verheißenden Blick, unterweist sie und schickt sie nach Hause. Da kommt der Edel Schritt Haar plötzlich mit einer Gurke in der Hand und der Herr von Waikuntha sieht sie und lacht und fragt, wo hast du sie her? Er weiß ja, am Morgen werde ich das Haus verlassen, doch die Gurke muss ich noch essen, denn Schritt Haar brachte sie und so nachdenkend aus älterlicher Liebe in Klammer Vatsalja zu dem Bhakta gab er sie seine Mutter zum Kochen. Als gerade noch eine andere glückselige Seele kam, die Milch zum Geschenk brachte, der Herr lacht und sagt, gut, da kann ja Gurke und Milch zusammen gekocht werden und Saji kocht und das geschah in der ersten Hälfte der Nacht. Dann verabschiedete er alle und aß, wusch sich den Mund und ging in das Ruhezimmer, wo sein Bett war. Er warf seinen Blick der Yoga Nidra in Klammer der Göttin schlaf zu. Bei ihm ruhten Haridas und Kadatada, die Mutter aber denkt daran, dass er heute fortgehen wird, wacht und weint. Der Herr weiß, dass das Ende der Nacht herangekommen ist und steht auf, um fortzugehen. Haridas springt auf und sagt, ich will mitgehen, Prabhu entgegnet, niemand kann mitgehen, der eine Zweitlose in Klammer in Klammer Eka Advaitika allein ist mit mir zusammen. Fußnote 453 Der eine Zweitlose ist Bhagavan, auf der die Vielfalt alles anderen beruht. Die Ai weiß, dass er fortgehen wird und sitzt vor der Tür. Prabhu sieht sie, erfasst ihre Hand und ermutigt sie, in Klammer wörtlich erleuchtet sie. Du hast alles getan und mich immer da behütet, alles verdanke ich dir. Du selbst hast keinen Augenblick Lebensgenuss gehabt. Von meiner Geburt an warst du nur um mein Wohl besorgt. Die Liebe, die du mir von Stunde zu Stunde erwiesen hast, kann ich in Millionen von Weltenläufen nicht vergelten. Deine eigene Güte ist die einzige Belohnung dafür. Von Geburt zu Geburt werde ich dein Schuldner bleiben. Vernimm, Mutter, diese Wandelwelt ist dem Herrn untertan. Niemand ist frei zu tun, was er will. Vereinigung, Trennung, alles ist sein Wille. Niemand kann seinen Willen verstehen. In zehn Tagen ungefähr werde ich zurück kommen. Wenn ich auch jetzt fortgehe, sorge dich nicht. In Dingen, wie sie in der Welt geschehen und im Höchsten immer bin ich dein. Doch alles geschieht sagt, meinet Willen. Alle Verantwortung ruht auf mir und Prabhu legt seine Hand auf seine Brust und sagt, alle deine Verantwortung und Last ist die meine. Die Mutter hört alles, was es sagt, doch sagt sie nichts. Sie weint mit matten Augen. Sachi, die Mutter der Welt, wurde das Wesen der Erde, in Klammer still ertragend. Wer versteht die unausdenkbare Lila Krishnas? Prabhu nimmt den Staub von den Lotussen der Füße seiner Mutter auf sein Haupt, umwandelt sie, sodass sie zu seiner Rechten verbleibt und geht schnell fort. Fort ging er, der Herr und Held von Vaikuntha, fort aus dem Hause, um Sanyas zu nehmen und alle Jivas zu retten. Hört zu, hört zu, ihr Brüder, wer von Prabhu Sanyas hört, dessen Bande gehen alle fort. Prabhu war fort gegangen. Sachi, die Mutter der Welt, wurde wie leblos, nichts leuchtete ihr auf. Die Baktas wussten von nichts. Beim Morgengrauen gingen sie zum Baden in der Ganga und kamen zu seinem Haus, um Prabhu verehrend zu grüßen. Und sie sehen, die Ai sitzt draußen vor der Tür des Hauses. Shrivas war der Erste, der etwas sagte. Mutter, warum vor der Tür? Ununterbrochen strömen Tränen aus ihren Augen. Nach einer Weile sagt sie, hört ihr alle, die Dinge, die dem Vishnu gehören, gehören allen Vaischnavas. Alles, was sein ist, ist euer, so sagen die Shastras. Also nehmt alle, was ihr begehrt, ich gehe fort. Die Bhaktas fallen leblos zu Boden, als sie hören, Prabhu fortgegangen war. Sie weinten in schrecklicher Hilflosigkeit, fielen einander um den Hals und klagten. Sie weinen, werden bewusstlos, rufen wild, laut, Hari! Mit der Hand schlagen sie auf ihre Stirn, mit der Hand auf ihre Brust. Er ging fort und sagte uns nichts davon. Sie weinen und rollen im Staub am Boden. So unerhört war ihr lauteres Weinen. Die Leute der Stadt kamen eilend herbei. Sie können Prabhus Anlitz nicht mehr schauen. Alte, Junge, Männer, Frauen, sie alle weinen. Und die Nachricht verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt Navadvip, dass er das Haus verlassen hatte, um Sannyas zu nehmen. Und alle waren erstaunt und liefen zu Prabhus Haus und sehen, es ist leer. Und sie weinen. Die Stadt Leute rufen, oh weh! Selbst die bösen Lästerer wurden traurig. Oh, wir ärgsten der Sünder. Wir erkannten nicht, wer Nima ist. Und sie bereuten und weinen. Goura Sundera durchkreuzte die Ganga und erreichte am selben Tage Kantaka Nagar. Und die fünf, denen er von seinem Plane gesagt hatte, treffen einer nach dem anderen bei ihm ein. Wie ein trunkener Löwe kam er mit den Seinen dorthin, wo Keshava Bharati weilte. Und der edle Keshava Bharati erhob sich sofort, als er die unerhörte Gestalt und das Leuchten seines Leibes sah. Brabu wirft sich zu seinen Füßen nieder, preist ihn mit gefaltenen Händen. Erweise mir ergreifende Gnade, o Edler, du bist gnadenreich, Retter der Gefallenen. Du bist es, der Krishna, den Herrn der Lebenskraft geben kann, denn Krishna Chandra ist immer bei dir. Ich mag von nichts anderem wissen, als Krishnas Diener zu sein. O gib mir die rechte Unterweisung. Und das Wasser des Prema überströmt Prabhus Leib und er brüllt Hum Karah und fängt an zu tanzen. Mukunda und die anderen Bhaktas fingen an zu singen und der Sohn der Saji tanzt, trunken in Versenkung in sich selbst. Millionen von Menschen strömen herbei beim Hören dieses Singens und Tanzens. Ich weiß nicht, woher sie alle kamen. Sie sahen Prabhus wunderbar schöne Gestalt und konnten den Blick nicht von ihm wenden. Unerhörte Ströme von Tränen stürzten aus Prabhus Augen. Im Wasser, das aus seinen Augen strömt, badeten alle, die gekommen waren. Sie alle wurden nass vom Wasser des Prema von Prabhu. Männer, Frauen, Alte Kinder. Alle rufen Hari. Bald zittert er, schwitzt und wird ohnmächtig, schlägt auf dem Boden auf. Furcht erfasst die Leute. Und er, der Herr unendlich vieler Universen, weiß sich als Diener seiner selbst. Und mit einem Grashalm im Munde, bittet er sie alle um Dienerkraft. Bei diesem Anblick weinen sie alle, beim Anblick weinen sie alle, und Kram erfasst sie, als sie hören, dass es Sanyas nehmen will. Oh, wie wird die Mutter das ertragen können? Heute wurde es Nacht über ihrem Leben. Dann stellte Vishwambara sein Tanzen ein, saß nieder und um ihn herum alle seine Gefährten. Und Kesha Vabarati, der diese Bhakti des Prabhu sah, tauchte in den Ozean des Glücks und pries ihn. Diese deine Bhakti, die ich heute mit Augen sah, diese Shakti kann niemand haben außer Gott selbst. Du bist der Guru der Welt. Niemand ist würdig, dein Guru zu sein. Was du tust, ist nur um die Welt zu lehren. Sei besser du mein Guru, wenn du mich als Jünger annehmen magst. Prabhu sagt, bitte betüre mich nicht durch deine Worte, gib mir den Mantra in Klamadiksa, damit ich ein Diener Krishnas werden kann. In Glück von Gesprächen, die sich auf Krishna bezogen, verbrachte der Herr mit allen gemeinsam die Nacht. Am Morgen trägt der Herr aller Welten dem Chandrashekara auf, die Dinge zu besorgen, die der Regel gemäß nötig sind und Chandrashekara führt seine Anordnung aus. Aus den Dörfern kamen die Dinger, die zur Initiation nötig waren, in unerhört reichlichem Maß. Milch, Sauermilch, geschmolzene Butter, Betel, Sandel, Blumen, Opferschnüre, Tücher, Speisen, alle rufen Harry! Er sitzt nieder, um sich die Haare scheren zu lassen, aber der Barbier vermag nicht zu beginnen. Nityananda und alle Bhaktas weinen, nicht nur die Bhaktas, sondern alle, die überhaupt da waren. Sie alle fingen an zu weinen. Gauracandra ist im Rasa von Prima außerordentlich unstet. Er zittert und weint und ruft Bol Harry Bol und steht auf und Mokunda tanzt. Obgleich Prabhu sich wieder niedersetzt, vermag er nicht ruhig zu sitzen, im Prima Rasa bald sitzend, bald weinend und Sing, Sing rufend. Und der Barbier kann sein Werk nicht tun. Schließlich, gegen Ende des Tages, hat der Barbier doch irgendwie Wiesern Werk vollbracht. Dann geht er baden in der Ganga, kommt zurück und sitzt bei Keshava Barati nieder. Und Prabhu, der Guru aller, sagt zu Keshava Barati unter einem Vorwand. In Traum hat ein großer Mann mir ein Mantra ins Ohr gesagt. Bitte warst du es? Und ist es dieser Mantra? Und Prabhu sagt ihm den Mantra ins Ohr. Unter diesem Vorwand erwies Prabhu dem Keshava Barati Gnade und machte ihn zu seinem Jünger. In dessen Herzen entstand helle Verwunderung und er sagte dieser ganz große Mantra durch Krishnas Gnade ist dir etwas unbekannt? Auf Brabus Wunsch sagte Keshava Barati ihm nun Voll Überzeugung diesen Mantra ins Ohr. Hari rufen erhob sich auf allen Seiten. Der Herr Vaikuntas hatte Sanyas genommen. Er legte das rötliche Gewand des Sanyasi an. An seine Stirn mit Sandelpaste gesalbt, Blumen, Mönchs Stab und Wassergefäß in seinen Händen und vom Glück des Präma zu sich selbst überwältigt. Wie im Einzelnen diese Einweihung zum Sanyasi erfolgte, wird einst der Veda Vyasa beschreiben. Im Preislied der Tausend Namen in Klammer Sahasranams Dothram des Mahabharatam sagt ja bereits Veda Vyasa die Zukunft verkündend, in einem gewissen Avatar wird Bhagavan Sanyas nehmen. Sanyas nehmen unerschüttert ganz auf den höchsten ausgerichtet einspitzigen Sins und Frieden der Sicherheit in Gott habend. Dann dachte Keshavar Berati darüber nach, welchen Namen er ihm geben solle. Ich habe solch einen Vaischnava noch nie gesehen und mir kommt kein Name in den Sinn, der mich befriedet. Der Name Bharati als dem Jünger eines Bharati, der ihm zu geben ist, passt gar nicht. Und während Keshava Bharati nachdachte, kam der lautere Sarasvati Bhagavans Kraft, welche die göttlichen Geheimnisse in Worte auszudrücken vermag, auf seine Zunge. Und nachdem Bharati der lauteren Geist hatte, den rechten Namen gefunden hatte, legte er seine Hand auf Prabhus Brust und sagte, Du machst alle Welten Krishnas sagen und gibst ihnen Chaitanya, in Klammer reines Bewusstsein, das Kirtan offenbar machend. Deshalb ist dein Name Krishna Chaitanya. Alle Menschen werden durch diesen Namen gesegnet sein. Nach Keshavas Worten heilen die Rufe. Er ist siegreich. Blumen regnen nieder. Ein Tumult von Hari Rufen erheben sich. Alle Vaishnavas treiben im Meer von Ananda. Alle Bhaktas grüßen verehrend den Bharati und auch Prabhus selbst war zufrieden mit seinem eigenen Namen. Der Name Shri Krishna Chaitanya war offenbar geworden. Fußnote 454 Das Wort Chaitanya dem Wort Chait verwandt bedeutet Bewusstsein. Der Name Chaitanya ohne das vorangehende Wort Krishna ist in der Tradition der von Shankara Acharya gestifteten Mönchsorden einer der Namen für Novizen wie zum Beispiel auch der Name Svarupa. Es ist noch kein Mönchsname. Chaitanya Chandrodayam 4 Acharya Ratna in Klammer Chandrasekara einer der wenigen Begleiter Chaitanyas bei seinem Sannyas Nehmen ist von ihm nach Navadvip geschickt worden, um den trauenden Bhaktas und der Mutter Nachricht zu geben. Advaita fragt, Welchen Namen hat Bhagavan angenommen? Acharya Ratna antwortet, Krishna Chaitanya Advaita in tiefem Staunen Das ist wirklich der rechte Name. Krishna ist reines Bewusstsein in Klammer Chaitanya Deshalb wird er Krishna Chaitanya genannt. Gangadas tritt plötzlich auf. Hey Acharya Sajidevi fragt, wie es Bhagavan geht. Acharya Ratna durch Tränen in seiner Kehle erstickt. Advaita sage ihr in meinem Namen wie Rama in den Wald ging und Krishna nach Mathura so ist sein Annehmen der Regel des Sannyas. Diese Dreiheit muss von der Mutter Dreiheit ertragen werden. Fußnote 455 Chaitanya wurde Sannyasi zur Zeit des Solstitiums, da die Sonne vom Zeichen des Schützen in das Zeichen des Steinbocks übergeht. In Klammer 1509 nach Christus Er ist 23 Jahre und 11 Monate alt. Vorher in Klammer nach der Initiation in Gaia vier Monate Unterweisung seiner Schüler und acht Monate Kirtan. Schönen